Desichen und Geschmack neu Coca-Cola geht in die Offensive, damit wieder mehr Kohleleit getrunken wird. Zum neuen Desichen kommen auch neue Sorten. Der Getränkeriese Coca-Cola hat weitreichende Pläne für seine Kohleleit angekündigt. In den USA werden nun vier neue Geschmacksrichtungen von Diet Coke angeboten, wie das künstlich gesüßte Getränk dort heißt. Für diese neuen Sorten setzt Coca-Cola auch den Süßstoff Azzesulfan-K ein, der bislang nur in Kohlezehr genutzt wird. Am Geschmack der bisherigen Coca-Cola-Light soll sich nichts ändern, sie wird nur mit Aspartam gesüßt. Im Februar soll es Kohleleit Kirsche, Mango, Ingwer, Limette und Blutorange auch in Kanada geben. Nach Auskunft von Coca-Cola Deutschland ist aber kein Termin absehbar, an den die Sorten auch hier eingeführt werden. Derzeit nicht vorgesehen, ist das Statement einer Sprecherin. Das war allerdings auch lange die Antwort, als das Unternehmen Coca-Cola Life mit grünem Etikett 2013 zunächst in Südamerika auf den Markt brachte. Das zu 50% mit Stevia gesüßte Getränk war dann 2015 auch in Deutschland eingeführt worden. Die Kohle Life ist aber gefloppt und in einigen Ländern schon aus dem Handel genommen. Nach Einschätzung von US-Medien ist die Offensive ein Versuch von Coca-Cola, den Abwärtstrend vor allem in Nordamerika beim Absatz zu stoppen. Nicht alle Kunden sind so treu wie Donald Trump, der seit Jahren auf Coca-Cola schimpft, aber zwölf Dosen Coca-Cola Light am Tag trinkt und laut US-Berichten einen eigenen Knopf für Nachschub hat. US-Präsident Donald Trump soll am Tag zwölf Dosen Kohle Light trinken. Um 4,3% ging der Umsatz bei dem Getränk zurück, berichtet der Branchendienst Beveridge-Digist. Von dort heißt es jetzt, es ist die größte Änderung seit Einführung 1982. Jetzt werde man abwarten müssen, ob mit den neuen Varianten mehr Millenials gewonnen werden können. Man kann Coca-Cola aber nicht vorwerfen, nur untätig zuzuschauen. Der Verkauf von Light-Getränken ist in den USA nach Einschätzung von Beveridge-Digist von 2005 bis 2016 um 31% zurückgegangen. In dem Zeitraum gab es Untersuchungen, dass sie nicht zur Gewichtsreduktion beitragen. Menschen, die die Zuckermassen in gewöhnlicher Kohle vermeiden wollten, seien zunehmend auch besorgt wegen möglicher Folgen der künstlichen Süßstoffe. Die amerikanische Herzgesellschaft hat 2017 eine Studie dazu veröffentlicht. In der untersuchten Gruppe von Menschen über 45, erlitten regelmäßige Konsumenten künstlich Gesüß der Getränke, dreimal häufiger Schlaganfälle oder erkrankten an Demanz. Die USA-Getränkevereinigung zweifelte diesen Zusammenhang an. Kohle nennt keine Zahlen zur Entwicklung in Deutschland. In der großen jährliche Verbrauchs- und Medienanalyse, WUMA, mit mehr als 20.000 Befragten zeigt sich kein klares Bild. Seit 2016 ging der Konsum von Light- und Diätkohles und Energydrinks zurück, stieg aber 2017 wieder an auf hochgerechnet 8,7 Millionen Konsumenten. Die Umfrage zeigt auch, dass Coca-Cola Light in der Beliebtheit gestiegen ist. 2017 gaben 10,8 Prozent an, in den vergangenen vier Wochen Coca-Cola Light getrunken zu haben, von 10,1 Prozent 2014. Coca-Cola zerlegte dabei auch zu auf 9 Prozent. Der Umfrage zufolge trinken 38,6 Millionen deutsche zuckerhaltige Kohle oder Energydrinks. Fast 20 Millionen lassen die Finger aber auch komplett von Kohle, Pepsi, Red Bull und Co. Quellen und weiterführende Informationen Doppelpunkt eigene Recherchenpresse mitteilen Coca-Cola USA-Studie Zucker und künstlich gezuckerte Getränke und die Risiken von Schlaganfall und Demenz Englisch. A, F, G, K, N, R.